Kreuzzuggebet Nr. 66 Für den Klerus, hilf mir, deinem heiligsten Wort treu zu bleiben. O lieber Jesus, hilf mir, jederzeit deinem heiligsten Wort treu zu bleiben. Gib mir die Kraft, die Wahrheit deiner Kirche im Angesicht aller Widrigkeiten hochzuhalten. Erfülle mich mit der Gnade, die heiligen Sakramente auf die Art und Weise zu spenden, wie du es uns gelehrt hast. Hilf mir, deine Kirche mit dem Brot des Lebens zu nähren und dir gegenüber treu zu bleiben, selbst wenn es mir verboten wird, dies zu tun. Befreie mich von der Kette der Täuschung, der ich mich möglicherweise gegenüber sehe, damit ich das wahre Wort Gottes öffentlich verkünden kann. Bedecke in dieser Zeit alle deine gottgeweihten Diener mit deinem kostbaren Blut, damit wir in unserer Gefolgschaft gegenüber dir, unserem geliebten Erlöser Jesus Christus, mutig, treu und standhaft bleiben werden. Amen Amen